Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Lies of P. Yes, yes, yo. Freunde, wir sind in Krad, also in dem Hotel Krad angekommen. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob jetzt auch die Stadt Krad heißt. I don't know. Ich weiß bloß, sie hat blaue Haare oder graue Haare. Das ist so wie dieses Kleid von damals, wisst ihr noch? Wo man nicht wusste, wo Leute gesagt haben, das ist schwarz-weiß. Und andere meinten, nein, das ist weiß, gold, keine Ahnung, wie man... Oder blau, blau, schwarz, keine Ahnung, wie man da was blau sehen konnte, aber... Das ist eine ganz andere Geschichte. Freunde. Hi. Unsere Gäste sind willkommen. Wir haben keine Reservation. Ich bin Antonia, und dieses ist mein Hotel. Oh. Willkommen. Oh, ich wusste von dem Moment, dass wir die Giogepettos' Puppet haben. Er hat ein paar Lüse-Groß, aber Giogepettos' skills sind nicht verletzt. Es ist ein Schade. Er hat ein paar Lüse-Groß für Elysian Boulevard. Und er hat niemals zurückgekehrt. Wenn er nicht bald aufsteht, werden wir eine neue Koffein machen. Hm. Oh. Ich habe es vergessen. Ich habe das für ihn gehalten. Es kommt mit einer langen Geschichte. Aber ich denke, es ist besser mit dir. Bitte find diesen alten Mann. Und schau dir aus dir aus. Jemandes Erinnerungen. Geste halten. Warum soll ich irgendeine Scheiße machen? Das hatte ich doch eben schon mal gemacht. Die Uniform eines vornehmenden, äh vornehmen, 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 was ist mit mir los? Eines vornehmen und würdevollen Internats. Diese Kleidung wurde schon einmal getragen. Hm, dann ist er noch warm. Oh no. Oh no. Ich bin der böse Donald Duck. Okay, und wir haben irgendeine komische Geste gefunden. Führe die Geste Kleidung zagen aus. Es ist ein Instinkt des Lebens, Schönheit zur Schau zu stellen. Für manche sind selbst einfache Geschenke schön genug. Menschen haben keine Ahnung, wie viele Schöne in der Kratze sind. Danke, dass ich mich mitgehalten habe. Seid mir alle Geheimnisse. Etwas über das Lügen. Ich sehe, dass du hier bist. Das bedeutet, dass du lieben kannst. Deine Lüben sind eine rare Möglichkeit. Du kannst deinen eigenen Weg, nicht von allem. Menschen auf der anderen Seite, sind immer noch Angst von Puppets. Lüben, um sich zu beschützen und find deinen Weg. Erzähl mir von Geppetto. Ich bin ein altes Freund von Geppetto. Sein Sohn ist wie Familie für mich. Mach dir selbst zu Hause. Du bist hier immer willkommen willkommen. Wenn du Fragen hast, fragst du meinen Butler, Polendina. Polendina. Ja, haben wir einen geilen Anzug bekommen, Freunde. Benignis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat. Attraktion diesen Monat? Hotel Krat. Das Hotel Krat ist eines der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Laut Überlieferung ist das Hotel Krat eine abgelegene Burg, die von einem Aristokraten erbaut wurde. Der einer Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt genutzt. Na klar. Und einige Patienten berichten, dass sie Halluzinationen hatten. Natürlich. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer zerstört wurden. Natürlich. Übrigens kam raus. Das steht auf dem alten Indianerfriedhof. Vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels Krat, das im neuesten Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerüchte über das Geisterhotel der großen Ausstellung verbreitete, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Als nächstes folgt ein Kommentar der Hotelbesitzerin Miss Antonia. Ein Geisterhotel? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Aber zum Glück sind unsere Hotelgäste mutig wie Löwen. Also alles kein Problem. Ey, sie sagt aber nicht, es gibt keine Geister bei uns. Bewertung? 4 von 5 Sternen auf Google Maps, Alter. Schaurig und geheimnisvoll. Das beste Resort in Krat. Reporter Medoro. Dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Vinicni, Freunden der Stadt, erstellt. Okay. Vinicni. Okay, wir haben also gleich ein Teleportsystem von Anfang an. Ziemlich geil. Willkommen in Hotel Krat. Mein Name ist Polendina, Butler von Lady Antonia. Bitte lasst mir wissen, wie ich von Service sein kann. In Hotel Krat, Kompat und Karm gehen Hand in Hand. Willkommen in Hotel Krat. Wie kann ich von Service sein? Gib mir all dein Geld. Der große Bund. Was ist denn das? Der große Bund. Das sind halt diese selben Gesetze. Ich weiß nicht, ob ihr diese... Wie heißt denn der Film? Da geht es auch um so Roboter, künstliche Intelligenzen. Und die haben halt auch diese Befehle. Ich glaube, selbst in den Filmen mit Will Schelle ins Gesicht, Smith, da sind ja auch diese Gesetze, ne? Das sind immer dieselben Gesetze. So, was können wir denn hier kaufen? Legionsmagazin. Das ist für Legionsladung, Segelzahnrad, Fabelkatalysatoren. Okay. Wie gesehen? Da oben ist eine Katze, Alter. Ich muss mal gucken mit Kamerasteuerung, ob ich das ein bisschen runterdrehe vielleicht. Legionswaffe wechseln. Okay. Hi. Wer bist denn du? Das sieht interessant aus. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigene Kampffähigkeit. Legionswaffen können auf unterschiedliche Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Vinicni-Werksmaschine vorgenommen werden. Geppetto. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Eugenie? I know my way around a weapon. Want me to look at something? Was weißt du über den Stargazer? A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Training? If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Waffe verbessern, Griff ändern. Mit Hilfe von Eugenies Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffes verbessern sich je nach dem Standard Fähigkeiten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaften und den Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Du kannst dich jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbeln zurücksetzen. Oh. Hier, da oben ist das Wichtige. Die Waffe, also der Griff skaliert, Entschlossenheit C, Technik C. Mit Fortschritt, also wenn wir es auf Fortschritt ändern, mit einer Fortschritt Kurbel, skaliert es auf Fortschritt mit D zusätzlich. Bei Technik skaliert es dann mehr auf Technik und weniger auf Entschlossenheit. Und bei Entschlossenheit auf Entschlossenheit und weniger auf Technik. Okay. Das ist quasi einfach, wie wir es auch aus einem Souls Game kennen. Waffe verbessern. Wenn du einen Mondstein hast, habe ich. Kann Eugenie dir helfen, die Klinge einer Waffe zu verbessern? Die Angriffskraft der Waffe wird erhöht, wenn du die Klinge verbesserst. Einige Klingen können nur mit einem speziellen Mondstein verbessert werden. Ich überlege, ob wir das direkt machen wollen. Wir gucken erst mal, ne? Ich würde sagen, wir gucken erst mal vor, ne? Ich muss so reden. Ups! Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert. Was geht denn hier an? Das ist auf jeden Fall interessant hier. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt, dass man seine Waffen selber so ein bisschen umbauen kann. Ich weiß nicht, wie man seine Waffen selber so ein bisschen umbauen kann. fahreisend Glück für alle Freunde. Alright. So weit, so gut. Regionswaffe benutzen. Es ist ein Get Over Here! Okay, das ist nice. Das heißt, hier können wir dann Puppenschnur verfolgen Drücke und halte Legionswaffentaste, um einen Feind zu verfolgen Ausweichen Okay Ja, dann müssen wir noch so ein bisschen reinkommen So richtig blicke ich das noch nicht Was war das? Legionswaffentaste wechseln, können wir also auch an dem Starganger Alright, oben waren wir noch nicht, Freunde Natürlich die Frage, ob hier überhaupt noch irgendwas ist Okay Hier sind Türen, ich denke mal, die werden früher oder später dann aufgehen Rosa-Isabell-Straße Von der haben wir doch schon gelesen All right Ich denke mal, hier geht's weiter, Freunde Interesting Auf jeden Fall cooles Hub Ich bin gespannt, Alter Was für Viecher und was für Typen und was für Puppen Ich meine, Puppen dürften da ja eigentlich nicht rein ins Hotel, ne? Hier sehen so scheiße aus, ne? Freunde Ist ja sonst nicht mein Stil Aber als so Matrose, da bekomme ich einfach Flashbacks Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die erste Geige So heißt die Ausgehuniform Äh, Uni Uniform Die Ausgehuniform der Marinesoldaten Wenn man noch Mannschaft da ist Also alles bis zum Unteroffizier Dann hat man so einen Donald Duck-Anzug Hey, let's be more careful Ah, the Black Rabbit Brotherhood I hate these guys But don't be alarmed My name is Jiminy We'll talk later, when we're safe All right Und die erste Geige, die gibt's in zwei Varianten Einmal dieses, was man von Donald Duck kennt halt Diese hell, also die weiße Variante Die ist für den Sommer Und im Winter hat man eine etwas dickere Die ist halt so ganz, ganz dunkles Blau Das ist das, was man hier anhaben kann Was wir bekommen haben Und Als Marinesoldat bist du der einzige Soldat Der außerhalb von Truppenübungen und so Wenn du irgendwo in deiner Uniform hingehen möchtest Musst du in der ersten Geige gehen Als Mannschaft da hast du wie gesagt Dieses Donald Duck-Gedächtnis-Gedenkuniform Ja, auch mit diesen Flatterbändern hinten an deiner Mütze Die hat nicht mal einen Schirm Später Alles ab Unteroffizier Also Offizierslaufbahn und so Hast du halt so einen richtig geilen Anzug Richtig geiler Anzug Schwarz-weißer Anzug Mit einer geilen Mütze, Alter Das sieht geil aus Aber wie gesagt Als Mannschaft da ganz, ganz Schwierig Vor allem, wenn du in Berlin wohnst Und Das muss ich noch erzählen, bevor ich aufhöre Ich musste also nach der Grundausbildung Die ich in Bremerhaven gemacht hab Ähm Musste ich auf meine neue Station In Seed Also an der dänischen Grenze Und dahin Musst du in der Ausgehuniform Als Marinesoldat Das heißt Ich musste in so einem Donald Duck Kostüm In Berlin Am Zoologischen Garten Bro Ich bin froh, dass ich noch lebe Ist natürlich übertrieben Aber ist schon Also Bro Ich kam mir nicht Unbedingt Äh Weißt du Also ich hab nur drauf gewartet Dass ich ein paar aufs Maul krieg Okay Vier Schläge ungefähr brauchen wir Um Ein so ein Schlag von denen Den wir geblockt haben Unsere Leben wieder zurück zu bekommen Das ist gut zu wissen Also Die Puppenschnur finde ich schon ziemlich geil Alter Elysian Boulevard Was a regular Rich people row You wanted fancy boutiques and shops No place better But That was long ago Before the puppet frenzy Vielleicht sind das gar nicht die guten Grat Main Street Okay Bei dem Hund haben wir ja schon rausbekommen Der lockt die ganzen anderen Typen an Die Puppenschnur ist geil Alter Kannst sagen was du willst Aber ich glaub so einfach Wie das jetzt hier alles so rüberkommt Ich glaub so einfach Wird's nicht bleiben Unsere erste Kiste Lader F-150 Rahmen Okay also Das liest sich so Gewicht ist 10,0 Das ist 2,4 mehr als das was wir ausgerüstet haben Physische Schadensreduzierungsrate ist 15,85 Das ist 4,24 mehr als wir jetzt haben Alright Damit sind wir schon auf 53% Gewicht Ja wir müssen langsam aufpassen Ich weiß nicht auf was sich das alles auswirkt Das Gewicht Aber ich denke mal Wir wollen es eigentlich nicht rausfinden Ergo Islam Im wahrsten Sinne des Wortes Hallo Alles geplant Alles geplant Alles geplant Gewesen Warte mal hat der Was gedroppt Eine Sache Die ich mir wünschen würde Bei den Games Aber das Ich hab grad überlegt Ich wollte sagen Was ich mir wünschen würde Wäre dass es wie bei Remnant ist Wo du Wenn keine Gegner in der Nähe sind Einfach unendlich ausdauern hast Dann hab ich mir gedacht Das ist aber doof Weil dann weiß ich Wenn ich renne und auf einmal Ausdauer verliere Dass Gegner bei mir ist Aber man könnte das doch vielleicht so machen Dass man Wenn man in Combat ist Also wenn ein Gegner aktiv Dich schon Ja das ist auch doof Gemini ist Notfallschutz Gemini ist Notfallschutz Ah ok Hey cool Äh Showtime Freunde Freunde Jetzt nicht Ich dachte hier geht's vielleicht rein Schade Ich dachte alter ich bin Pfeifert und hab jetzt Den Den absoluten Geheimweg gefunden Hey bis jetzt macht das Game echt gut Eindruck Ich hab voll den Schluck auf Ich versuche das die ganze Zeit zu unterdrücken Ich hab ja so ein bisschen mit Magen Ne Wisst ihr ja vielleicht Das ist manchmal Manchmal ist schwierig für mich Ok wer bist du Ok Ok Äh nein Ok Ok Komma Sternfragment Durchqueren Dimensionen Ein Meteoritenfragment Das in verschiedenen Teilen von Krad gefunden werden kann Es kann am Rissruf Vor einem Bossbereich verwendet werden Um ein Gespenst zu beschwören Ah Ok Es gibt hier also bei Bossen Auch Phantome Die man rufen kann Das ist ein Gespenst zu beschwören Das ist ein Gespenst zu beschwören Das ist ein Gespenst zu beschwören Ja da war der Sound von Dass wir Wieder eine Ampulle aufgefüllt haben Wir haben ja unsere letzte schon Benutzt gehabt Deswegen es macht halt Sinn Wenn man noch eine hat In einem Bossfight Ja dass man die auch dann wirklich nutzt Weil man ja eh Was hat er denn da What the fuck Ein scharfes Rohr Elektroblitz Schleifmittel Da unten ist was Müssen wir da runter Hier oben geht es auch lang Ich bin verwirrt Freunde Wenn du auch verwirrt bist Dann hinterlass mir auf jeden Fall Einen Daumen nach oben Da sind wir Sind wir quasi zusammen verwirrt Das ist jetzt unser Zeichen Für die verwirrten Daumen nach oben Wenn du Bock hast Hinterlass mir auch Einen netten Kommentar Ja ansonsten wünsche ich dir Noch einen schönen Abend Danke fürs Reinschauen Bis zum nächsten Mal Mach's gut Bye bye